ja und damit herzlich willkommen zurück zu guardians of ember hier bei explorer ip mit dabei dark dd dd dark und was ist das hier nix normaler mob okay die müssen wir noch platt machen dann machen wir da ums ja 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 das ist so jetzt ist ruhe Da müsste ich glaube ich noch so einen dicken kriegen, einen fetti Final Cut. Alle CP. Da kommt der Nachschub von hinten. Einfach rechts. Ich muss noch verkehren. Wohin? 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 Wir haben so einen Isolisten drin. Das war im Grunde... ... ... ... ... ... ... Wir werden hohe, ja. Nee, das stimmt, so ein Ding. Respekte, Kollege. Einen noch. Einen müssen wir noch. Vielleicht noch zwei. Alter, wie so. Alter, wie so. Alter, wie so. Passi Gott es ist aber langsam mal gut hier ne ne okay Okay. Okay Aber für ein kranker Event ist das da drin Gib alles Heißt er zu deutsch Gib alles Aber wie bewegst du den Balken eigentlich ne? Ne ich will auch nicht mehr glaube ich Alter Ah hier Hier sagt er Ja Ho ho Wo bist du? Ich sterbe gerade Ja Alter Alter Ich glaube Was tut mir alt Sieht das bei dir auch lustig aus? Äh nö Kein Dude Bei mir ist alles voll mit blau und grün Äh Mit grün und weiß Alles voll Äh bei mir nicht Äh Meine Finger tun weh Ich will die mehr Dazu mir ist gut XP gebracht Oh ne Scheiße Was von der HP gut alleine machen Haben wir doch schon oder? Na ja eben Den haben wir doch schon durch So mein Freund So mein Freund Und Bitte So das ist jetzt alles im neuen Gebiet Ja dann Schauen wir mal was uns erwartet Oh Gott Ich höre ihn mal wieder fest Ach doch Ich höre ihn schon wieder fest Nein Gott Die Viecher kann ich nicht mehr sehen Die bin ich gefressen Uah 92% 100% Hm? Nö Alles gut Dann bin ich mal gespannt wo es jetzt hingeht Es war mir eine vierte Stadt Nein Black Grim Wood Spinnen Ah wieder spinnen Jede Wette Mhm So Accept Und Go to Tessie Ein Alter Ich muss doch noch mal eben kurz in meinem Inventar schnuppern Stimmt, ich hatte auch ein bisschen was Ein bisschen Loot hat der Explorer ja auch gekriegt Heavy Armor, super Ein Zweihand-Starp Starp What? Level 24 Light Armor, Level 24 Ein Bogen Block Attack Müsste Level 24 werden Aber da fehlt nicht mehr viel Quasi noch 3 Mobgruppen Dann ist es soweit Kann ich den ganzen Rotz anziehen Den ich in der Tasche hab Okay Oops Level up Nein Was ist das? Was ist das? Ein End Ein End Das sind doch nicht Bäume Jetzt haben wir Level up You have learned lesson of the Inch Punch So So Jetzt brauch ich mal eben 2 Minuten Ne Dann kann ich mal kurz was schlopfen Heal Point Dark Damage Physical Damage Energy Damage Haben wir hier mal So Anziehen brauchen wir eigentlich nicht über das Das können wir ja dezent zu machen Sondern wir können hier gucken Heal Point Healing Power Ja Ja Yes Jetzt haben wir hier Minus Attack Minus Healing Ja Keine Schuhe Starb ja alles gut alles gut attack healing 23 attack healing der ist schon mal besser ups eine kette okay das war es schon naja gut die mutter ist ausgerüstet jetzt laufen noch ein partner look rum ja alter vater langweilig jedes mal immer 50 points gestiegen der standard hier nein wir angeln jetzt nicht das hier ja genau dann ist mir gut also die Insekten sind cool die sind anernehmen also schnell umfallen ich liebe es festzwingen ich es ich 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 tatsächlich wie kann das sein weil ich jetzt vier punkte in den attributen erhöht habe hat sich ja hier verdoppelt ja aber dein staat macht auch heilung von deinen items ja das ist schon krass ich wollte doch nicht ums gehen ich 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 Das ist doch irgendwie ein Wild da hingegen. Ja, kommt immer alle her. Das ist immer so doof, so eins mit mir. Wie kommt man denn da hin? Da muss ja ja auch nichts außen rumlaufen. Komplett. Wenn du das sagst. Nehm ich einfach mal an. Unsere Freunde. Könnte ich sicherlich nicht mehr abweilen. Ja. 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 Ich kann mich noch ein wenig machen. Okay, da oben sind gerade drei böse Buben. Okay, da unten haben wir was grünes leuchten, da sollten wir vielleicht hin näher dran als das andere. Die hat sich aber verbarrikadiert haben wir. Machen nix, stehen nur dumm rum. Oh, Händler. Nice, dann machen wir hier auch eine Break. Pause quasi. Have a break, have a ... du weißt schon was. Wir danken dir da draußen fürs Zuschauen, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.